Die Kalmai-Spiele in Bad Segeberg suchen 35 Komparsen für die diesjährige Spielzeit am Kalkberg. Mit Alexander Klaas in der Hauptrolle wird das Stück Winnetou 2, Rebanna und Old Firehand inszeniert. Interessierte können sich bis zum 10. März auf der Homepage der Kalmai-Spiele bewerben. Komparsinnen und Komparsen müssen mindestens 18 Jahre alt und sportlich fit sein. Außerdem müssen sie für die Proben und Aufführungen von Ende Mai bis Mitte September genug Zeit mitbringen. Außerdem werden noch erfahrene Reiterinnen und Reiter für die Spiele gesucht.